Kommt vorbei. Hier zum Auftrag in Oschersleben zu... Ach, was hab ich denn komplett von mir? Was hab ich jetzt gesagt? Kommt vorbei. Alter. Ja, klar. Ja, hallo Fans. Dieses Jahr sind wir wieder dabei. Kommt uns besuchen in Oschersleben. Erste Rennen der Saison. Wird gut. Ist jetzt so hoch. Was hab ich am Anfang gesagt? Alter, ich hasse die Dinger. Ich überlege noch. Ich impulsiere gerade noch. Hallo, mein Name ist Markus Winkelhock. Ihr seht, ich fahr hier fürs Team Mücke. Liebe Fans, am 26. bis 28. April findet das erste Wochenende hier in Oschersleben im Rahmen der GT Masters statt. Bitte unterstützt uns und besucht uns fleißig bei dem Rennen. Ich bin mir sicher, wir haben ein geiles Auftakt-Rennen. Also bitte alle nach Oschersleben kommen. Zum Auftakt des ADAC GT Masters. Kommt vorbei zum Auftakt des ADAC GT Masters hier in Oschersleben. Ja, perfekt. Danke. Hallo liebe Motorsportfans. Euch erwartet beim Saisonauftakt in Oschersleben eine geballte Power mit acht Herstellern in der ADAC GT Masters. Also kommt vorbei, habt Spaß und genießt die Renn-Action. 태g personwerter 1. 7 gloves ello mics können devi alsoieren müssen. Das ist ein ganzes Bussしゃgerungsres. Vielen Dank.